Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lostland The Four Horsemen. Wir müssen erstmal lesen. Dunkelheit, ja, ist kacke. So, ganz ohne Licht. Einer der vier dunklen Reiter. Sein Element ist Schatten. Es heißt, dass Dunkelheit der Anführer der Reiter ist und der gefährlichste obendrein. Achso, ich dachte, der Tod wäre das Schlimmste. Ach nee, das ist gar kein Reiter, ne? Ich weiß es nicht. Alle Lichtquellen erlöschen in seiner Nähe, aber das ist nicht das Schlimmste. Dunkelheit verdrängt alle Gefühle von Glück und Güte. Zuerst werden seine Gegner mit Traurigkeit und Verzweiflung erfüllt. Bald darauf werden sie böse. Am Ende verwandeln sie sich in Diener von Dunkelheit. Ja, so kann man dann auch sein Personal heranschaffen. Ist doch schön. Ein Handabdruck ist auf der Kristallkugel zu erkennen. Tod hat sicherlich seine Hand darauf gelegt. Kann er gleich nochmal machen. Hier, das ist dafür, ne? Danke. Ja, toll. Das ist ein blöden Kreisel, ey. Was passiert hier? Was soll ich hier machen? Oh Gottes Willen, was ist das? Okay, irgendwas fehlt. Ist ja nichts Neues. Ah! Ich habe einen Schlüssel gefunden. Okay. Bring die Figur auf dem hier. Ich weiß, ich hasse solche Rätsel. Da hatte ich schon... Hä? Muss ich denn hier drücken, bitte? Nein. Achso, das funktioniert so. Warum funktioniert er hier? Und er hier zum Beispiel nicht? Und er? Jetzt wäre so eine Rätsel nicht schon an sich schlimm genug. Achso, der geht alleine. Warte mal, dann ziehen wir den ein bisschen hoch. So. Aber der hier geht überhaupt nicht. Mach ich das falsch? Ich verstehe das gar nicht. Oh, das ist sogar geil. So. So. Warte, ah! Ist ja schon hässlich, ne? Das ist ja hier... So, jetzt. Das ist ja nicht ein Sicherheitssystem. Was ist das? Tod hat dasselbe Schicksal erlitten wie die anderen beiden Reiter. Ich muss sein Herz herausnehmen. Achso, das ist doch... Okay. Zähle abgeschlossen. Muss ich das jetzt erstmal Maron bringen? Scheint fast so, ne? Hier gibt es auch noch irgendwas zu tun. Ich weiß nun einfach nicht, was ich hier machen soll. Ach, ein Kreisel, okay. Wie süß. Das ist, das ist, das ist, das ist hübsch. Boah. So kann ich zum Drachen. Ich habe bereits über die Drachen des verlassenen Landes gelesen. Ich weiß, dass wir Dinge sehen können, die uns verborgen sind. Es ist... Nein, es hat etwas mit Kristallen in ihrem Auge zu tun. Ich sollte eins finden. Ja, wieso? Da ist doch eins. Oh, der Arme. Sieht doch gar nichts mehr. Immer noch? Muss ich das hier... Ne. Muss ich das hier irgendwo anwenden? Hier könnte ich gar nicht mehr ran. Muss ich das hier rein machen? Nein. Ist hier noch was beim Drachen? Hallo. Hallo. Ne, offensichtlich auch nicht. Es gibt ja immer so Stellen, die machen einen wahnsinnig, ne? Ach. Guck an. Okay. So. Verlassen wir fahren. Was können wir denn hier noch machen? Scheiße, was ist denn das? Ich habe es mir doch gedacht, der Drachenaugenkristall enthüllt. Das war, für das menschliche Auge unsichtbar ist. Das soll wahrscheinlich was heißen. Das muss ich mir merken. Ich weiß mir gerade nicht, wofür ich das brauche. So, und dann gehen wir jetzt hier hin. Und bringen ihnen das Herz. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Du hast die Todes gewonnen. Du hast die Todes gewonnen. Du hast die Todes gewonnen. Er hat ihn mit einem Spell von Verdening geschehen. Je mehr die Dunkelheit auf den Portal des Universums, je mehr die Kompass wird. Das ist der Grund, dass er sehr langsam bewegt ist. Und so haben wir Zeit, um zu vorbereiten. Ich weiß, was zu tun. Aber es gibt keine Zeit für langen Explanations. Ich brauche Sie zu tun, eine Sache zu finden. Findet ein großartiges Lins. Ihr wird selbst sein, als Faulner bleibt mit mir. Seine Tinkeren-Talent werden jetzt sehr gut sein. Gehe diese Kompass und gehe zu meinem Refuge. Unlock meine Werkstatt. Dort findest du ein Land. Eine weitere Sache. Gehe zu Mount Gore wieder. Und bitte ihn für ein Spell, in der Verlust der Black Horsemen. Mount Gore will bitte dich für eine Flower in return. Gehe eine von meiner Flower-Bet. Gehe die Flower-Protekt mit diesem Spray. Spray-Schlüssel. Ja, die haben wir ja auch. Jetzt leuchtet das ja so grün. Die sehen wir ja auch noch. Okay. Muss ich jetzt hier durch? Ne. Aber das ist wahrscheinlich schon die ganze Zeit so und ich hab's nicht geschnallt. Oder doch? Warte mal, ich klappere das mal so ab. Ach du Schöne. Äh, was ist das? Klammern. Nein. Da rein. Hier ist ein Zahnrad. Es ist gar kein Zahnrad, das ist ein Steuerrad. Verdammt. Was kommt denn hier rein? Klammern glaub ich nicht. Ich glaub ja, ich hab's noch nicht. Mein Gefäß hab ich auch noch nicht. Was? Eine Art Schraubschlüssel sollte ausreichen. Ja, das ist schön, den hab ich aber auch noch nicht. Nichts hat sie. Da. Schlüssel. Ja, es ist zu gefährlich, dieses Ventil zu öffnen, bevor wir die Rohrleitung repariert haben. Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Ist der hierfür? Nein. Wofür ist der denn? Hierfür anscheinend nicht. Da fehlt aber noch ein Zahnrad. Hier ist ein Besen. Was mach ich denn mit dem Besen? Ist hier irgendwas dreckig? Das geht nicht. Das muss irgendwas hier außen sein. Ich weiß noch gerade nicht was. Ach Gott, das geht immer wieder raus. Toll. Okay, egal. Toll. Dann mach ich erst mal hier. Leere Ölkanner. Äh? Was? Nein, hier. So, was mach ich damit jetzt? Da bin ich überfragt. Was hat sie mit dem Besen auf sich? Achso. Oh mein Gott. Ah. Soll das hier hin? Nein, soll das hier hin? Wir müssen die Glieder sichern, damit kein Dampf austritt. Achso. Achso. Die müssen noch zugemacht werden. Okay. Ich weiß aber auch immer noch nicht, wofür dieser Schlüssel hier ist. Kann ja nicht verwendet werden. Hm. Wenn nicht da, wo dann? Hier geht nicht. Hier geht nicht. Hä? Ach toll. Jetzt bin ich heute noch nicht weitergekommen. Aha. Ach, okay. Jetzt verstehe ich das. Aber hier ist immer noch was. Sollte Teile des Gerätes finden. Ja, das weiß ich. Ja. Special Water ist mir schon klar. Was soll ich hier? Was soll ich hier? Außer, dass ich das Wasser anfassen, äh, also mitnehmen könnte. Aber ich habe doch gar kein Gefäß. Ich sehe auch gerade rechts. Achso, ihm soll ich die geben. Ja. 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 Ach du Schander. Okay. Ja, jetzt mit der Linse klappt ja noch nicht so ganz, ne? Würde ich mal behaupten. Ähm. Hier können wir noch irgendwas machen. Achso. 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 Äh. Wo hat sie das denn? Sieht ein bisschen aus wie von Disney. Weiß ich nicht, ob ich mir das so merken kann. Muss ich mal gucken. Das war das glaube ich, ne? Was finde ich das denn hier? Ja. Das ist alles. Hä? Was hat das zu bedeuten? Das ist der rote Punkt, von dem der Zirkus bereitet. Ich bin verwirrt. Was hat denn die Zeichen jetzt gezeigt? Steckschlüssel. Na gut, okay. Ist egal. Machen wir das hier. Ich glaube, das wird lange genug dauern. Das hört mich ganz ungläubig. Okay, wird aber immer wieder angezeigt hier, was richtig war. Ja, das ist ein Ausprobieren. Oh, das Geflüster hier, schrecklich. Hier. Tada. Eine gute Stelle, um die Linse mit gesegneten Licht aufzufüllen. Ja. Gewiss. Gott sei Dank. Was hat man hier noch? Ach, ja, stimmt. Wichtige Geschichte des verlassenen Landes. Vor vielen Jahrhunderten versuchte der dunkle Lord, ein Dämon, der in einer Steinstatue gefangen wurde, sich zu befreien und das verlassene Land an sich zu reißen. Um seinen Plan, die Tat umzusetzen, benötigt er einen Körper. Er kidnappt einen kleinen Jungen aus einem anderen Reich, um Besitz von ihm zu ergreifen. Aber die Mutter des Jungen reiste in das verlassene Land, um ihren Sohn zu suchen, und folgte den Dämonen in seinem Versteck. Diese mutige Kriegerin des Reiches namens Erde überwand viele Hürden, um ihren Sohn zu retten und den Dämonen zu besiegen. Seitdem ehren die Bewohner des verlassenen Landes die Taten dieser Mutter und betrachten sie als die auserwählte Beschützerin. Ja. Und das ist die Geschichte aus dem ersten Teil. Ah, dafür kriege ich eine Errungenschaft. Historiker. Sehr schön. Okay. Ja, das ist toll. Und was mache ich jetzt? Warte. Achso, ja, wir brauchen ja... Achja, da war ja was. Papier, und jetzt habe ich den Rest vergessen. Kann ich das auch auflegen? Ne. Soll ich da hinten? Nein. Okay, dann muss ich wahrscheinlich irgendetwas anderes machen. Oder hier muss ich putzen. Achso, das kann ich zum putzen. Ich habe keine Ahnung. Ach doch! Guck mal, das ist toll! So was sollte es auch zum Fenster putzen geben. Ach, das ist so eine Reinigungsmaschine. So was will ich auch haben. Hm, die gefällt mir. So, äh, ja gott. So ein Zauberspruch. Oh. Then immediately jump into the portal. It will take you back home. If you stall, you'll die together with darkness. Susan, it was an honor to meet you. Our ascendance will compose legends about you throughout the lost lands. Do not worry about us. Thank you. Goodbye. Susan heißt sie. Ich dachte, sie heißt Sharon. Okay, aber es soll wohl so sein. Warte, Linse, Linse. Hier? Er hat mich anscheinend noch nicht gesehen. Und jetzt? Achso. MESA HALLO RASAPE MESA HALLO RASAPE You must stop! Du hast das Hauptabenteuer erfolgreich abgeschlossen. Jetzt kannst du das Bonusabenteuer spielen. Ja, werde ich bestimmt machen. Susan ist auf jeden Fall wieder zu Hause. Das mache ich aber in einem anderen Part. Nicht hier. Die Geschichte ist damit erstmal beendet. Ich finde die Zwischensequenzen immer cool gemacht. Und was ist das? Wann da ist Schnee? Okay, naja. Ich bin gespannt. Bis dann.